Moin, hier ist Heini, es geht wieder mit Train Simulator 2014 und wir fahren jetzt nach München, ähm, mit Halt in Passing, also von Augsburg hin, ne. Und wir wollen mal gucken, wir dürfen nicht so lange schnacken beim Start, ist das immer ganz wichtig, weil sonst habe ich wieder Stress, ne. Ähm, Augsburg, wir machen immer D-Open, sonst kommt ja gleich wieder an, dass ich hier Leute vergessen habe, ne. So, dumm-di-dum-di-dum-di-dum, das kriegen wir schon mal, auf jeden Fall, da holen sie die Ferse aus, klar, sie ist bei zwei, das ist diesmal richtig, da bin ich richtig abfahrt, ist 19 Uhr, das passt auch. Wenn ich ein bisschen scheiße klinge heute, dann tut mir das leid, fortfahren, weil ich bin so ein bisschen angeschlagen vom Wetter, ich weiß auch nicht, meine Lunge tut so weh, Bräunchen verschleimt und keine Ahnung, was da alles, ob eine Malaria ist oder so, ich wick da nicht, ich hoffe, das überlebe ich auch alles. So, ähm, ja, das ist mit der ICE, ist das was, womit wir fahren, ne. Und wir wollen mal gucken, was uns erwartet. Ähm, ich bekomme, ich bekomme zum Weihnachten, Entschuldigung, diesen Track-I-R 4, äh, der Weihnachtsmann, äh, schenkt er mir, weil ich so einen netten Benel, gesagt, Heini, du bist so ein lame Kerl, komm, ich schenke dir was Feines und da hat er mir den Track-I-R zu Weihnachten, also, ne, hat er schon mal, ist er am Basteln, ne, kommt pünktlich an, denke ich mal, wenn er durch den Schwarzschein passe. Oh, da bin ich mal gespannt, ob ich damit auch im Train-Simulator fahren kann. Wäre ja cool, man sieht ja ganz viel, aber ich hab auch nicht gesehen, dass man das im Train-Simulator nutzen kann, ne. Wäre natürlich optimal, dann bin ich so ein bisschen happy drauf, so ein bisschen feucht bin ich dann. So, wir können ja schon mal alles hier vorbereiten. Da bin ich mal gespannt, ähm, ich hab das alles aufgeschrieben, ne, dass ich auch alles hier, PC-Bett, PC, äh, wo heißt die Kacke, AFB, hä, da, die Tür schließt, Türen bitte schließen, die Türen schließen automatisch. Da, Türen sind zu. Zurückbleiben, die Türen schließen selbstständig, hab ich doch schon gesagt, Kollege. So, und es geht los. Oh, Richtungswandel habe ich ganz vergessen, nie. So, wir müssen ankommen. Es sind natürlich schon ein paar Kilometer, ne. Aber sowas von ein paar Kilometer. Entschuldigung, wie gesagt, das klingt natürlich denn kackewendig hier, ne. Es hat hier Cruise Z. Cruise Z. A, F, B, A, F, B. Können wir noch mal erstmal so. Ähm, Augsburg, da müssen wir nicht hin. Wir müssen parsing gleich 170.000 hin. Ne, gleich 9 müssen wir hin. Und dann wollen wir doch mal eben vernünftig anholen und so, nee. So, können wir schon mal so ein bisschen hier. Okay, so ein bisschen schneller kannst du schon. Ist ja nicht so, dass du am Schlafen bist, nee. So, zack. Da brett das mal durch. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die ganzen Vorsignalen, Signalen sind. Da habe ich mich immer noch nicht umgekümmert, als ich das auswendig lerne. Leider. Da müssen meine Augen so ein bisschen dran halten, nee. So, da ist grün. Da habe ich freie Fahrt. Das ist schön. Hier ist 120. Also, hau die Haken hinterher ein. Wind ist vorbei. Wasser ist auch weg. Jetzt geht das los. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe hier auch mal in meinem Tee schon da. Nieren- und Blasentee. Nie weiß es noch mal. Oder Bronchialtee. Irgendwie so ein Scheiß war das. Darf man so schnell durch den Bahnhof durchjagen? Ich dachte, da muss man nochmal einen Sicherheitsabstand, also Sicherheitsgeschwindigkeit oder so nehmen. Ist grün. Grün. Der passt. Ich darf durchrackeln. So. Ihr ist auch schon NZB. Muss ja an sein schon. Höh. Doch. Ist da. Da. Das heißt, ich brauche ja eigentlich nichts mehr machen, ne? Dann sind wir mal gespannt, dass er das alles vernünftig für mich hinkriegt, ne? Fein. Ich hoffe, ihr habt den Sturm alle glimpflich überstanden. Ich war dann abends noch einkaufen, bin nach Netto loben und, ja, ich dachte, ich bin in die genauen Sorge vom Sturm, weil ich habe ein bisschen Wind, aber echt, da war nix, war das. Ich war echt enttäuscht. Die haben da so einen Hehrmann gemacht. Ich bin da hier über die Straße, da ist Netto bei uns, ne? Da hat gar nichts. Entweder der Wind hat Angst gehabt. So, 109, 108. Wer, du wirst nicht langsamer, Kollege. 108, 107, genau, er wird langsamer. Er hat, äh, da hat echt, äh, ich dachte, er hat Angst gehabt vor mir oder sowas, weil, das war gar nix, ey. Ich bin nicht weggeflogen, okay, bei meinem Gewicht geht er doch schlecht, ne? Aber sonst war nix. Und auch hier irgendwie, das ist irgendwie bei einer Schwemmung, ne? Okay, Norddeich, wo meine Familie wohnt, da ist ein bisschen Wasser über dem Ufer getreten. Aber der Sturm letztens war irgendwie schlimmer, der die ganzen Bäume rausgerissen hat. Naja. Sturm ist so oder so blöd. Hier ist grün, hier ist alles eckschig. Wo ist meine Höchstgeschwindigkeit? Habe ich gesagt, auf 200 Euro, das kriegt er ja selbst hin, ne? Ach, ich muss ja komplett auf Vollgas, ey. Habe ich ganz vergessen. Ich bringe auch, ich bringe auch ihn, ne? Da darf ich 280 brettern. Bin mal gespannt, wie schnell dieser Zug da schafft. Weil, äh, ich bin noch nie 280 mit diesem Zug gefahren oder so. Da bin ich erstmal gespannt, ne? So, dann haben wir das wieder geklärt. Sturm ist scheiße, ist nicht schön. Naja, ging ja eigentlich, ging das ja in Deutschland auch ein Glück gut aus, ne? Dass wir hier kaum Verletzte oder Tote hatten. Entweder das ist gut, weil die Vorwarnungen so gut waren oder weil der Sturm doch nicht so heftig war wie angekündigt und dem Meteorologen ein bisschen Werbung gemacht hat für sich, selbst seitdem er Geld braucht, ne? Haha, kann ja alles sein. Ich weiß jetzt nicht. Ja, was gibt's sonst Neues? Jetzt fahren wir gleich 280. Da bin ich mal gespannt, was der hier losgibt, ey. Hm. Ja. So ist der da, ey. Oh, nee, anders. Hat die da letztens ins Fernsehen geguckt? Irgendwie, wo war das denn? Kochen oder, oder irgendwie Shopping? Was nicht in Werbung gesagt? Aber mal stand Merkel an der Kasse. Hat sie irgendwie Senftum gekauft oder so. Hahaha. Ah, jetzt weiß ich auch, warum sie immer so guckt, ey. Ah, wenn sie so viel Senf pur trinkt. Gottes Willen. Das war auch ein Zufall, ne? Da meinte mein Engel, dass die jedes Mal selbst einkaufen geht. Ich so, ach, das ist ausnahmsweise gewesen. Die kann doch nicht irgendwie frei rumlaufen, dann wird die ja gekippt oder so, ey. Da gibt's ja nur noch Idioten, die irgendwie, ne? Da denke ich mal nicht, dass die da komplett immer einkaufen geht bei Aldi oder so, ey. Was haben wir denn da? Michi 74 spielt, professionell Farmer. Oha. Ich seh da das eigentlich, diese Einblendung. Was ich da jetzt gesehen habe. Wir können mal eben mit der Kamera ein bisschen spielen. 240, das dauert ein bisschen. Oh, siehst du da, ich hab mich wieder aus dem Fenster geklettert, ey. Was haben wir denn hier? So sieht von hinten aus, wie geil ist das denn? So nebschen Kerl, ne, durchsichtige Star Trek. Okay. Oh, 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 oh. Erkollege. Da ist er. Wo ist er denn? Was ist denn diese Vorbeiflugkamera? Hä? Das ist doch diese Kamera, die vorbeifliegt. Ich will hier hineinzoomen. Kreiskamera. Jaja, ich will keinen Kreis. Sommer, müsst ihr nicht mal ein bisschen Acker hier bearbeiten oder so? Und dann ist hier bald Sommer und ihr hängt hier rum. Und ist noch nichts fertig, Kollegen Bauern, ey. So geht das nicht, ne? So, ich war doch irgendwie noch was, wo ich da... Ah, jetzt haben wir es. Oh, so ein Tee tut aber ganz gut, ey. Schön, schön warm, wenn man ausfriesen jetzt. Herrlich. Bis zum Parsing. Ich bin mal gespannt, wie weit da noch ist. Jo, jo, jo. Gar keine Zeit da. Könnte ich so hinkommen, wie ich möchte. Cool. Soll ich aber nicht so viel spielen, aber mal sehe ich, wie sehe ich da gleich was. Sifa. 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 Kann man eigentlich Sifa einstellen? Hier haben die auch Sifa. Bestimmt. Scheinwischer. Licht. Aha. Da, Sifa. 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 Ich muss jetzt mal gucken, wo man Sifa dann nochmal aktivieren kann. Eigentlich ist Sifa dann immer groß, ne? Damit man da gleich draufkloppen kann. Auch hier ist die Nahrung. Ist wichtig, das ist Nebel. In meiner Welt zumindest. Siehst du, sag ich doch. Sifa. Sifa. Da ist Sifa. Override. Fahrtrichtungsschalter. Fahrtstromabnehmer. Hongkai in Sifa. Hongkai in Sifa. Oh, hier passiert gleich wieder was. 19.08. So viel sind wir schon wieder am Fahren, oder was? Wir sind um 19.00 abgedüst. Da bin ich auch mal richtig gespannt, ob ich da richtig pünktlich ankomme über so eine große Strecke. Mann, W ist es ja nicht so, ne? Man weiß es ja nicht so, ne? Ähm, ne, 30 Minuten oder so. Ah, da sind wir aber auch schneller unterwegs, ne? Mit Lichtgeschwindigkeit 232. 233. Ich korrigiere, ich zieh die Tiere 231. Na, war doch Scherz, Mann. Da kann doch mal... Was ist los hier? Ich hab nichts gemacht. Ähm... Pausing. Computer ist auch schlau oder genau, weiß ich nicht. So, wo sind wir denn hier? Spieler zentrieren. Okay. Müsste ja gleich irgendwo Pausing kommen. Das kann ja gar nicht mehr so lange weg sein. Oder so weit weg sein. Weil das kann ja nicht mehr so weit weg sein. Will ich aber jetzt nicht, oder? Nochmal Spieler zentrieren. Da bin ich. Sehr schön. Ist das Pausing? Ne. Mammeldorf. Pausing? Ne, Mammeldorf. Ups, ich hab nichts gemacht. Sie gibt's doch gar nicht. Wo sind Pausing? Pausing. Noch kommt ja nix, ne? Okay. Pausing. Muss irgendwo hier sein. Langwedel. Da ist Pausing. Okay. Wir sind jetzt wo? Da ist jetzt mit dieser andere Bahnhof, wo wir grad sagten. Bachel. Balching. Ach ja. Nüht sei das nix. Aber mal krank, das ist immer kacke, ne? Man fühlt sich nicht immer so super. Man hat nicht so viel Lust auf reden. Aber dafür rede ich ganz viel, oder? Viel scheiße, aber da nützt ja nun mal nix, ne? Und. Naja. Oh, war das ein Wasserfluss? Fluss? Hey, wieso kann ich denn nicht raus im Kopf hier? Egal. Vorsicht hier. Ne, da den Biopang doch. Mal gucken, ob es weh tut. Jetzt. Ah. Ja, so und so, dieses, ähm, 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 ich vergesse natürlich, A, F, B, äh, F, B, ähm, ist natürlich auch praktisch, aber irgendwie für den Fahrer auch, äh, ist sehr praktisch, aber langweilig, so, ne? Wenn ich jetzt selbst die Geschwindigkeit anpassen müsste, dann würde ich nicht so einschlafen. Aber. Naja. Soll wohl passen lassen, ne? Wenn das hier noch wieder mal einen Rucklaar gibt, kommt vor, ne? Ist auch sehr detailreich hier, sag ich immer. Ich hab noch so viele Züge, die ich nur hier zugelegt habe, die ich gekauft habe. Die muss ich alle noch zeigen und strecken. Ich, boah, heftig, ey. Ne? So, was ist hier? Was für ein Dorf ist denn hier? Fein. Kann ja nicht mehr so weit sein, passig. Das muss ja gleich irgendwo an der Ecke hier sein. Entschuldigung. Ne. Dauert doch noch ein bisschen. Das dauert doch noch ein bisschen. 30 Minuten soll das sein. Da bin ich mal gespannt. Dann mach ich, glaub ich, dieses Video hier bei 15 Minuten Cut. Und... Ich denk mal, dass wir dann ganz normal weiterfahren, ne? Oder was sagt ihr dazu? Viele fahren ja auch immer, sag schon, die komplette Strecke. Aber... Ich mach meine Videos eigentlich immer 15 Minuten. Und hin und wieder mal eine komplette Strecke. Hab ich letztens auch gemacht, ne? Ach ja, da hab ich auswärts gelöscht. Ich voll trottel, ne? Stimmt ja, ey, Idiot. So, machen wir bei 15. Machen wir bei 15. Schluss, ne? Okay. God! Siehst du, der piept auch so. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Und ja, äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gesundheit, lasst euch nicht weg, wen da, ne? Und wenn ihr Merkel seht, nicht grüßen. Weil, äh, ich mochte nicht so liegen, ne? Also, in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.